So, hi Leute, da sind wir wieder zurück bei Dust an Elysian Tail. Und ich rutsche gleich mal unten durch. Welche Farbewelle? Oh, das passt also. Zack, tüdelü. Und da kommt der Trollk, jawohl. Den haben wir auch gleich ordentlich erwischt. Schön gekauft. Damit werde ich auch zukünftig wahrscheinlich noch Probleme haben. Ich weiß doch, wie ich bin. Ihr werdet mich bei den solchen... Hu. Braims! Glücklich ist auch noch was. Schwierig, schwierig. Ach, das war's schon. Das ist nur einmal durch die Brüge durch. Was? Alter, wie cool. Ist das schön? Langschweben, majestätisch. Flatterig durch die Luft. Okay, ich dachte, du erzählst mir jetzt irgendwas Interessantes. Okay. Ich glaube, so ist das nicht geplant, dass man hier vorbeikommt. Achso, sondern eher, dass man das Ding einfach hier pflückt. Da links. Und dann einfach mit nach oben nimmt. So ungefähr. Upsi. Damit man eine Abkürzung hat. Ihr habt auch gesehen, es geht auch anders. Der Ballast, der... Äh... Anders kennt man ihn ja nicht. So. Die nehmen wir einmal noch mit. Zack. Juhu. Juhu. Hu. Was haben wir da noch? Kimbab. Wir haben lecker Kimbab gefunden. Mal wieder eine andere Kombo ausführen. Nicht immer nur hier unser Standard-Links-Klick. Beams. Huch. Stirbt. Jämmerlichen Hunde. Moment. Wie war das? Ah, hier. Das war... Das war die Geschosse. Oh. Einmal das. Yeah. Das kommt doch auch noch raus für die Soße. Wie viel? Ich möchte das nicht. Ähm. Ah ja. Okay. Aber ich soll es dir mal gerade mal was anderes aus. Nehmen wir mal hier lecker heißen Kaffee. Lecker. Zeugs. Ja. Was kommt da für eine Soße raus. Das ist ja voll ekelhaft. Gegen Umweltverschmutzung. Ich bin hier, um zu surfen. Ich bin hier, um zu surfen. Ja, dann, äh, gib mir mal ein paar Hot Dogs. Ne, boah, ist denn so teuer. Das ganze Heilzeug ist ganz schön teuer. Nehmen wir mal 10... 10 Kaffee. Ja, ich passe auf mich auf. Keine Sorge. Don't worry, my friend. So. Ih. Alter. Moin. Oh. Mein Herz. Okay. 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 Ich habe alles unter Kontrolle. Warum nicht? Wegen euch. Sag das doch. So. Sehr schön. Jetzt geht er wieder los. Okay. Langsam, langsam. Schnell, schnell. Mein Herz. Ich vermute, irgendwie, dass es eine Abkürzung war. Nein! Ich habe mich doch in der Kiste gesehen. Die werde ich haben. Bin ich doch ein Ego-Schwein. Oh, zack. So. Könnt mir... Oh. Ich muss nochmal unten durch. Und nochmal rechts. Jawohl. Was haben wir da? Eine Bergarbeiter-Ausrüstung. Oh Gott. Geht weg. Mistschweine. So. Okay. Kein Problem. Ja, kein Problem. Auch gar kein Problem. Alles voll unter Kontrolle. So. Ihr seht, wo ich falsch gegangen bin. Jetzt muss ich den ganzen Mist nochmal machen. Durch die fließenden Kloaken durch. Schnell, schnell, schnell. Langsam. Bremsen. So. Zack. Das hätten wir. Okay. Okay. Ich habe in die Tiefe. Ich habe weiter in die Tiefe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Brauche ich euch noch? Wir sind überall Bombenfrüchte. Aber irgendwie ist ja nichts zum Springen. Oh, da seid ihr nur als Lichtquellen gedacht. Oh. Oh. Was war das? Ich glaube, die sind eher als Lichtquellen gedacht. So. Hallo? Ist hier irgendwo die Herren? Okay. Haha. Nicht mit mir. Ist hier irgendwo die Herren der Quelle? Ich habe hier einen Beschwerdebrief bekommen. Den ich Ihnen geben soll. So. Einmal Verteidigung erhöhen. So. Zack. Verteidigung ist gut. Oh Gott. Ich würde nicht so viel Aua bekommen. Oh. Oh. Ist er halt so rum. Okay. Oh Gott Okay, haha, erwischt Oh, oh Ja Schön, wenn wir draufkloppen Und noch einen Lampel haben Und das Reich heilen Alles ist cool Der Balas ist ein Crow Das war alles genauso geclimed Wird er vom Ausgehen Ähm, okay Ah Fernkampf Habe ich noch irgendwas getroffen? Huch Okay, so, einmal aufmachen hier Links, rechts, oben Hm Wenigendes Leerlebensbauplan Huch Ich hab Angst So, einmal sprengen Gibt bestimmt noch was Dich einsammeln Falls es da noch was gibt Okay Okay Okay, da gibt's nix Schade Aber man muss ja mal gucken Ausgerüstet 25 plus viel Glück Da fehlt mir Zeug Da fehlt mir auch Zeug Das ist schlechter Das ist auch schlechter Also das was ich bauen könnte Da fehlt mir Zeug Mehr Angriff Bisschen mehr Bisschen mehr Fidget Zeugs Den habe ich gerade ausgerüstet Den habe ich gerade ausgerüstet Ringtechnisch Sieht jetzt auch nicht so interessant aus Und habe ich auch für alles nicht genug Okay Komm mal hier runter Ich hab irgendwie das Gefühl Dass das nach einer Boss-Arena aussieht Ja moin Bist du hier die Chefin Wer bist du? Ich bin Dust Und das ist Fidget Wir kamen von Mudpot Seeking derjenige Die Frau Und ihre Sprengen haben Drei Und ich bin hier Warum Du würdest in meine Behandlung mich fragen Ja Die Wurste haben mich gehalten Ich war die Ich bin die Begegnung Du bist Ich glaube Du bist Ich glaube Ich habe keine Entschuldigung Ich bin Lady Tethys Und du mich wie mit der All die Werte Du 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 Ich bin der Angst. Wer ist du, du bist du, der mich zu verlassen? Ich würde mich über die Motiven von irgendwelchen Kreaturen, Danty oder nicht, die würden sie nicht verlassen, ohne Grund. Ich habe mich über die Konflikt des Endes Konflikten, als die Kreaturen meine Kreaturen durch die Lande. Ich sehe diese Kreaturen zu einem Kreaturen, ähnlich wie du. Ich bin ein Krimcher mit einem Krimcher mit einem Krimcher. Ein Krimcher... wie ich? Du meinst... Er führt einen großen Armee über diese Lande, spüren schmutzig Blut und benutzt meine Worte, um命 zu sein Leben zu seinem Kampagnen von Haltreid. Ich habe die Worte verhindert, damit ich die Verbreitung verhindert. Aber du schütztststststststststststststststststststststststststststststststst. Ich bin aber bereit. Ich habe gesehen, wo dein Weg endet, Lady Tethys. Und ich werde dich nicht überraschend auf das gleiche Geist. Too viele Innocenten haben bereits zu sterben, dank der Geist's Kampagnen. So be es, Service-Dweller. Wenn du deine Schuld gegen mich würdest, dann bereit, zu haben deine verkürzende Säule von deinem Körper, und in diese Heiligen Worte! und in diese Heiligen Worte! Und in diese Heiligen Worte! Und in diese Heiligen Worte!